Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Revival mit dem gestarteten Timer Folge 802.4 Es ist wieder etwa drei Tage her und vielleicht auch vier, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe natürlich wieder alles vergessen, dass mir gerade ein Tag eine Ewigkeit hat. Darum muss ich wieder schauen, was wir gemacht haben. Ich glaube wir sind auf Papierjagd gewesen. Okay. Ja, komm, vielleicht. Der kommt dann aufgestanden. So. Gut. Dann schauen wir, ob ich noch mal Papier bekomme. Wie sieht es da aus? Vielleicht noch ein wenig weniger hoch. Ich muss eher einen Eifenpflanzen. Das kann ich vielleicht noch Papier machen. Ein Trade oder so. Irgendwas. Ah, ich schlafen schon. Okay. Okay. Und ich darf noch nicht. Okay. Okay. god, also hinten rum. Das haben wir, äh, nummer Flammen. Ahem. Adon. Eh, Beschenk. Ah. 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 Hallo, aus? Das ist das Beste. Falsche Lichtung. Ah ja, ich hab kein Bier mehr. Bücher. Was haben wir jetzt von dem? Action. Papier. Oh, der Laterne. Oh, ganz. Was wollen wir denn? Ah, ah. 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 Gut. Dann nehmen wir Papiere. Ah. 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 Es ist eine recuerde Angelegen, aber wir können das Ruhig finden. Wir können die E-E-E-R-A-L-T. Hier haben wir die E-E. Hier sagen wir, dass wir uns die Hähne, auf der W rappieren. Und nicht. Irgendwie kommt mir das sehr pixelig vor. Könnte es sein, bevor ich das sage, dass das Ding untergeschmissen hat. Schauen wir mal kurz nach. Was war das? Ressourcepack? Ja. So. Saving.